Hallo bei Fantastic Movies. Wir sind hier bei den Interviews zur Fortsetzung vom Lego-Movie, der zweite Teil. Und ich habe Oliver Kalko in dem Video. Hallo. Wahnsinn. Du siehst so anders aus. Hast du dir Bartstoppeln angemalt? Was? Nein. Du spielst eine Eistüte, du sprichst eine Eistüte. Ja. Wie spricht man eine Eistüte? Wie bereitet man sich da auch synchron technisch vor? Ja, das ist eine Herausforderung. Ich habe schon viele dicke Tiere gesprochen. Ich habe viele Geräte, Roboter, Science-Fiction-Figuren oder sonst was gesprochen. Aber noch nie ein Lebensmittel und nie ein Spielzeug. Ich habe mich mehrere Wochen von Speiseis ernährt, 15 Kilo zugenommen. Kennen wir beide. Und dann habe ich mich aber natürlich auch gemerkt, die nächste Schwierigkeit war, ich habe mich sehr auf so Richtung Vanille konzentriert. Und dann ging es in das erste Erdbeer und Pistazien. Weiß ich nicht. Wir haben dann 26 Geschmacksrichtungen gespielt, also aufgenommen. Und ich weiß selber nicht, welche jetzt am Ende drin ist. Ist ein Wahnsinns. Es waren mehrere Monate Arbeit. Hallo. Weg hier. Wir haben Legos heute mit dabei. Und wir versuchen jetzt während dem Interview ein bisschen was zu bauen. Ja. Ich bin ein sehr, sehr schlechter Legobauer, muss ich ganz sagen. Ja. Ich hatte als Kind Legosteine. Auch so wie hier. Weil da gab es noch nicht diese ganzen tollen Sachen, die es heute gibt. Also wo du ja wirklich, du kannst ja heute den Big Ben und Filmgeschichten und sowas da nachbauen. Und ich hatte wirklich nur solche. Und egal was ich gemacht habe, es wurden eigentlich immer nur so kastige Häuser, wo ich dann mit meinen Cowboy und Indianer Figuren irgendwie mitgespielt habe. Und die dann da drin sich verschanzten, während andere Angriffen. Du verstehst die Faszination. Total. Total. Ich verstehe die und ich verstehe die auch deswegen, weil ich dann jetzt als der erste Film rauskam, bin ich danach in den Laden gegangen, habe mir das erste Mal so ein Set gekauft, nämlich wirklich Spider-Man gegen Dr. Octopus beim Geldtransporter Überfall. Und dann habe ich das aufgebaut und habe jetzt auch überlegt, dass ich mir jetzt mal wieder irgendwas holen muss, weil es jetzt so tolle Sachen da eben gibt. Emmett ist ja die Hauptrolle und der ist immer fröhlich. Sagen wir mal so, immer fröhliche Menschen, die gehen einem doch vielleicht irgendwann auf den Zeiger, oder? Oder brauchen wir? Der Peter Orloff so von der Lego-Welt. Ja, ich finde das auch anstrengend, sagen wir mal so. Ich habe einerseits Bewunderung dafür. Also es ist mir lieber als jemand, der die ganze Zeit nur scheiße drauf ist. Also wenn du richtig schlecht drauf bist und andere nur mit deiner schlechten Laune ansteckst, finde ich jetzt auch nicht so viel toller. Aber so ein gesundes Maß an, ne, auch mal zwischendurch ein bisschen scheiße drauf sein, finde ich, ist schon nötig. Also deswegen. Aber Emmett ist einer der wenigen, der trotzdem, wie ich finde, sehr lieb, also den man trotzdem irgendwie dabei sehr sympathisch findet und den man auch irgendwie für seine Naivität ja manchmal ein bisschen bewundert und vielleicht sogar beneidet, weil der halt so gar keinen Argwohn hat, ne, und so gar nichts Böses sich vorstellen kann und einfach mit allem glücklich ist, obwohl ich das nicht sein kann. Dazu meckere ich auch viel zu gern und kämpfe auch viel zu gern gegen den Wahnsinn oder gegen Dinge, die mich nerven. Und deswegen könnte ich das nicht. Emmett, du musst aufhören, so zu tun, als wär alles super. Das ist es nicht. Ja, schon klar. Deswegen habe ich mir eine total harte Seite zugelegt, die super tough ist und hey, da, eine Sternschnuppe, wünscht dir was? Also vielleicht brauchen wir sogar mehr von solchen Emmett-Typen. Aber am Anfang habe ich mir schon gedacht, so, wie wird der zum Helden? Das ist ein bisschen so eine schwierige Figur, oder? Ja, aber denkt man nicht. Aber da sieht man eben, dass jeder, das ist ja das Schöne, was uns dann der Film eben auch zeigt, jeder kann zum Helden werden, aber auch jeder Held sieht anders aus. Also das ist eben auch das, was, glaube ich, so viele immer nicht verstehen, aber bei gewissen Aussagen. Also das heißt, jeder hat das Zeug zum Helden, jeder hat das, aber ein Held ist nicht nur Batman. Und ein Held ist nicht, oder Erfolg ist nicht nur Superstar. Und wenn man da so sich die Märchen und die Geschichten anschaut, die einem das erzählen, die sagen dir, jeder hat etwas Besonderes in sich und das musst du entdecken. Und das wird immer falsch interpretiert von den meisten Menschen, die denken, ach so, wenn ich nur will, kann ich auch Superstar werden. Und wenn ich will, kann ich singen. Also ich kann zum Beispiel auch, so sehr ich es möchte, ich werde kein Spitzensportler mehr. Auch wenn ich es mir noch so sehr vorstelle, nein, es wird nicht funktionieren. Aber ich habe was anderes gefunden, wo ich einigermaßen gut funktioniere und damit bin ich glücklich. Und das ist das, was es zeigt. Auch mit absoluter Fröhlichkeit. Wenn man nicht kämpfen kann oder so, kann man, wenn die Situation es verlangt und man da richtig reagiert, plötzlich zum Helden werden und andere sogar anführen. Wir zeigen doch ganz kurz her, was wir bis jetzt geschafft haben. Ja. Bei dir ist es eine... Ich habe gedacht, ich mache was Nützliches, weil mehr kann ich auch nicht. Ja, und habe gedacht, hier, das schicken wir nach Amerika, kannst du Trump schicken. Ich habe mir seine Mauer gebaut, dann kann er mit dem Shutdown-Scheiß aufhören und sich wieder auf... Aber eine farbige Mauer, oder? Eine bunte Mauer, so ein bisschen lustig, ein bisschen Freude ins Leben bringen und gut ist. Ich denke, es ist ein Raumschiff. Ich weiß es nicht ganz gut. Ja, es kann aber auch einfach nur ein bunter Klumpen von alten Lego-Steinen sein. Vielleicht verlosen wir deine Mauer dann auch. Kannst du machen, oder schick es nach Amerika und dann ist endlich Ruhe mit dem Scheiß. Das fände ich doch gut. Wir sind zwar am Ende vom Interview angekommen, aber Oliver baut hier jetzt wahrscheinlich noch weiter. Baut hier noch sauber, weißt du, hier kommt sonst einer rüber. Das wollen wir ja nicht, ich muss da noch oben fertig bauen. Zum Ende, bei diesem schönen Kunstwerk muss man klatschen. Klär kurz klatschen, geht wie? Sprichst du auch? Die Hände zusammenführen und dadurch ein Geräusch erzeugen, dann wieder auseinander und wieder zusammenführen. Und das wiederholen. Nicht so einfach, aber... Dankeschön. Wir bauen weiter. Servus. Tschüss.